Es hat eine immense Verjüngung stattgefunden. Da könnte ich sagen, ja die sind ja alle noch unreif. Aber ich möchte Ihnen mitteilen, so kommen wir nicht weiter. Die junge Generation hat andere Ideen. Ich lerne gerne von Ihnen, höre Ihnen gerne zu und lasse wir versuchen, das Miteinander zu machen.